Oh nein, 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 aber jetzt ist alles raus, nein, er hat noch die Ulti Who is that Pokemon? It's no way for you! Ich muss keinem Back zum Opfer fallen, ey, ich werd was aufspielen, ein Ass Ulti, will sie wieder Echo? Ja, sure Oh nein, ich Master je, Master je Ich brauch halt meistens ein bisschen AP, deswegen bietet sich das an Stell dir mal vor, ihr seid der Luca, ne? Ihr carryt durch Valorant, ein Spiel, das ihr könnt Und dann sagt Miki, ey, mach mal mit und jetzt spielst du sechs Stunden lang Yumi In einem Spiel, das du nicht spielen möchtest Und musst dich dann auch noch auf Mickis feißen Hintern setzen, ja Der immer alleine in fünf Gegner reinritt Komplett verkauft, immer und immer wieder, sechs Stunden lang Die ersten zwei Stunden, die waren auf Tolkien, danach zwei Stunden auf Zane Und jetzt fangen die zwei Stunden auf Miki an Oh, die Riven Riven AD Carry oder was? Yes Wollt ihr nicht swappen dann noch und Zane geht ADC? Ich denk nicht Miki, meinst du wirklich, dass das Not tut jetzt hier? Er hat den korrekten Counterpick für Riven Ah ne, halt Er kennt jetzt den korrekten Counterpick für Riven, ne? Ja Ist okay Sorry, guys, Riven ADC, Freddy So, ja, Riven ADC, okay, nein, ist gut, dann ist okay Wir haben Riven ADC und Timo Toppen jetzt hier noch reingebacht Ihr habt gesagt, ihr habt Bock auf League, so, ich spiel jetzt hier die Riven auf Und ich hab super Bock auf League Und ich werd so, äh, ja, nicht so nett begrüßt Das ist ja der dritte BO4 Versuch, also ich hab was super Oh, Platin und Diamonds Und ne Caitlyn, du wirst nicht ein Minion kriegen, mein Freund Ja, ich hab losgelassen Ich hab mit der Sekunde gerade losgelassen Sei frei Wir müssen alles anspannen für Tolkien Es ist alles abgespannt, hier ist nichts mehr zum Anspannen Es ist alles abgespannt Kettle Bunny Riven Komm mit, meine Katze Das ist ne Dark Harvest, Kalen, tatsächlich Brauchst du nen Pull, Tolkien? Nein, ist fein Sehr schön, Tolkien Das ist nicht gut Was jeder Kids kriegt, ist nicht gut für uns Der hat noch Der hat kein Fleisch mehr, zumindest Wir exekuten müssen am Anfang mal bei Zwei Das ist okay, ich hab losgelassen Nein, 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 nein Ich hab das, 100% Ich hab schon Shamsack losgelassen Pass doch Ey, you little shit Was? Let's go, die Yumi Du bist noch nicht stark genug und ich mach gar nichts Botan macht auch gar nichts, also Basically warten wir auf Gangplatte für 13 Grad oder nicht? Mehr oder minder Können wir warten auf jeden Fall, ja Oben noch ein Plating Wo ist das? Wirst du denn? Auch Die rotiert runter In River Flash, Ulti, Ignite Äh Jungs, mit, aufpassen bitte Keine Chance Boah, was ist so? Hä? Der rennt uns einfach rum Der ist dann beim Red Show Der ist noch nicht ab Der ist höchstens bei Crux Wir können nicht gewinnen Er wollte dein Camp machen, ich hab's verteidigt nicht hier? Anscheinend nicht. Wir laufen nur zur Zeit und suchen mich. Das AIM ist nicht winnable. Wir können nichts machen. Wir spielen halt zu dritt, pretty much. Ein bisschen traurig, ehrlicherweise. Die Shrooms, vielleicht ein Comeback-Engleder oder was? Wenn du auch das durchkriegst, kannst du vielleicht das mal, aber es ist rough, of course. Die können leider enden. Damit sind wir wieder auf null. Big Hit. Huge. Schade. Ich mach jetzt folgendes. Bleiben sie in der Konstellation, solange du noch Bock hast, Luca. Miki geht toplanet, du spielst Garen, Mordekaiser, Zayn, Botlane, Tristana, Jhin, alles geil. Und Luca, wenn du Bock hast, log gerne Yumi ein und mach weiter, wenn du sagst, es geht überhaupt mehr auf League, auch fein. Freddy geht Mitte, ich geht Jara, wir machen das. Dann ziehen wir durch. Eintreiben mit Luca, finde ich super. Fredo und ich müssen nochmal alles anspannen ab Game 2. Game 1 wird jetzt nochmal chillig genommen. Und ab Game 2, wenn wir einen Win haben, dann geht's rein. Dann geht's wirklich rein. Was ist aber, also... Ja, ist rough Freddy, ich weiß, ich weiß. Ist rough, aber we got this. Also, Miki ist so ein Inter heute. Jedes Game, egal in welchem Game. Das muss doch Absicht sein. Der hat in Valorant geintet, außer Fall Guys. Der intet jedes Game in League. Jedes einzelne. Was ist denn da los? Jedes Game in Valorant hat er auch geintet. Heilige Scheiße, Mann. Dann pickt der einfache Ribbon. Was zur Hölle? Dann pickt der einfache Ribbon. Nicht, dass ich bin im falschen Film. Ja, also Tolkien tut mir gerade schon leid. Er hat mir auch... Mir auch... Ich hab's echt... Ich find das so beeindruckend, wie schwierig in League das geworden ist, Leute auszugleichen. Wenn ich das dann... Früher konntest du ganze Lobbys an Lo-Leuten carryen. Das war gar kein Problem. Ey, ich hatte bei meiner ersten Laden... Ich hab Koffein-Tabletten genommen, weil ein Kupfer von mir meinte, ich kann länger damit zocken. Und dann hatte ich einfach die ganze Zeit durchfallen. Ich musste auf dem Netten mit dem Laptop sitzen. Das war so scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist gut gelaufen, ne? Ja, mal Twitch und Dings hier unten. Das ist sehr erneuend, muss ich sagen. Wann soll ich Twitch ansagen, dass er Mist ist, wenn er unsichtbar geht? Wie viele Sekunden? Immer? Wie du möchtest. Für einen Fluka, meinst du? Oder für dich selbst? Nee, für euch, falls er roamt. Ach so, der ist nicht so lange unsichtbar. Also der muss schon eine ganze Weile weg sein. Ich hab so 4-Story gespielt. Irgendwelche random MMO-RPGs oder so. Metin-2-Rapids. Das, was ich in dem jungen Alter am meisten gemacht hab, war... Ich hab immer den PC genommen und dann von Freitag bis Sonntag LAN-Party gemacht. Bei Freunden. Ja, ja. Das war... Das war geil. Das war insane. Das war wirklich insane. Ganz gerne kommen, aber ich bin eh schon sehr fucked. Ich hab kein Flash mehr, though. Die haben sehr gute Trades hier die ganze Zeit, Bro. Ich glaub nicht, was wir die killen können. Aber das ist kein E gerade. Luka, du machst das richtig strong, by the way. Danke, danke, Bro. Du solltest nicht, du solltest nicht. Der wird dich anflaschen, ja. Das war jetzt für Mana für Damage. Ich hab keine Mana mehr. Schön, schön, schön. Jetzt hoffe ich, dass wir Bot den Mark flippen. Please, Riot. Please, Riot. Danke. Da ist er doch. Unsichtbar. Twitch wahrscheinlich über den River zu uns jetzt. Oh wirklich? Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Nein, nein, er ist hier. Okay, okay. Ich bin eigentlich zu, um zu schnägen. Sehr, sehr geil, Jungs. Ich mag hier mal Viktor, damit er ein bisschen mehr Interpressure hat. Top, top. Micky, renn, Micky, renn. Twitch macht immer dasselbe. Er geht im River unsichtbar, damit ihr das mal wisst. Läuft entweder auf die Lane oder versucht zu romen. Die ganze Zeit. Wir haben ja gute Vision da. Also wenn ihr seht, dass er ganz... Oh no. Der Malfight geht zurück. Ich darf die Waver hier nicht verlieren. Ist er da irgendwie gekommen? Unsichtbar. Also langsam bräuchten wir Hilfe hier unten. Vielleicht. Ja, ist nicht so einfach gerade. Mhm, ich sag's nur an so. Also ungefähr. Noch Heal ab, alles. Vielleicht könnten die auch gehen. Ich kann von hinten einmal ranroomen, ja? Unsichtbar geworden. Ich werde X-Offset und Ignited. Es wird kein Flash. Wenn der SS stuft, wäre super, kriegt man Mark. Ist okay. Im Dress haben wir uns einen Exhaust, Ignited und Flash. Alles raus, okay? Nee, Twitch hat noch Flash. Das war's. Der hat nicht geflasht gerade eben. Jetzt hat Twitch auch kein Flash mehr. Oh nein. Ja, nein. Nein. Magic. Aber jetzt ist alles raus. Nein, er hat noch die Ulti. Ja, die machen Herald. Die machen Herald. Die machen Herald. Kann dazukommen. Wir haben keine Mordeca-Sold, ne? Oh, da war einfach duldet. Oh, haben wir den 5-5-Ult-Shutdown? Haben wir den Wind Condition? So ist es nicht. Einfach schlecht. Du hast keine Ulti ab und ich hätte niemals reingehen sollen, wenn wir einfach nicht ulten können. Twitch war auch noch da. Einfach schlecht. Ich drück mal jetzt E und oben links siehst du noch so drei Items, die aufgelistet sind, ne? Sehr, sehr strong, ne? Nein. Die haben leider sehr viel Range für mich später. Aber wir kriegen das. Wir kriegen das. Ich werde sehr tankig gehen. Wir werden frühes Gargoyles holen. Ich habe keine Form mehr. Ich habe keinen Herald mehr. Ist eigentlich ganz okay. Ich bin auch viel stärker als sie, wenn ich... Wir live im Botlane. Wir live im Botlane. Das ist unser Counter-Plan. Push die Wave rein, Botlane. Ich lebe. Schön, Micky. Sehr, sehr schön. Vielleicht kriegen wir die Drachen. Vielleicht kriegen wir Asriel. Jetzt sind den Job so viele kannst. Gehe ich Mercs, ja, ne? Eigentlich nicht. Eigentlich gehst du gar keine Boots. Erstmal gehst du einfach auf Luftmerk einfach. Force of Nature, wenn du MR wirklich brauchst. Okay. Da, Freddy. Kannst du mir helfen? Hier geht raus, hier geht raus. Ist gut. Ist auch gut. Hab's willkommen. Oh, das ist ein Midlane Gangbang. Meine Güte. Dann machen sie gut. Wo ist Swappen? No? Micky, Micky. Wenn du gleich einfach mal ulten kannst und nicht in der Ult stirbst, wäre super. Jetzt einfach mal ulten, wenn du kannst. Dreh auf ihn um und ult ihn. Warte, 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 warte. Jetzt war's zu spät. Okay. Ist gut. Hoffentlich kommst du raus. Wenn du das gerade davor machst, dann ist er genau dann raus, wenn ich da bin. Weil du nicht quasi genau da gewesen, dass du ultet hast. Trotzdem fallen. Nein. 1-2-1 nehmen wir gerne da oben. Ich kann mich aber nicht verstanden. Machst du nichts gegen machen. Ich bin abgetreut. Das Twitch da ist. Perfekt. Perfekt. Perfekt bei mir. Junge, der macht so insane damage. Honestly, du musst nur Twitch nerven. Wenn Twitch stirbt, ist das Leben gut. Der wird später Fehler machen. Der spielt nicht so gut. Der ist schon mehrfach in meine Ult reingelaatscht. Machst du Twitch neben. Ah, die kommen hier. Wollen wir da? Free? Ja. Meifert ist intet. Ja. Mehr, 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 mehr. Ich habe noch Ult. Ich bin nicht tot. Look at me, look at me, look at me. Selbst gesund. Okay. Wir waren beide hinter der Victor-Ulter. Wollen wir da was machen, Noe? Oder ist es verkatscht? Ja, kann man. Huge, Leute. Sehr, sehr, huge. Der tut mir nicht. Er mag dich aber auch da unten, ne? ETP mich auch noch an. Soll ich runterkommen? Ja, ich glaube, es ist zu spät für mich. Tabis und Force of Nature hast du gesagt, ne? Tabis und Ryla's erstmal. Geh ruhig, Ryla's. Picasso. Not too shabby. Okay, oben ist wie kritisch. Ich habe aber auch nicht gewartet. Boah, ich werde so weg gegen das Game. Boah, das ist so schwer zu spielen. Fühl ich, Mann. Egal wo ich bin, sind immer drei Leute. We can do it. We can do it. We can do it. Wir haben zwei Drakes. Im Late Game spiele ich einfach in deiner Ult und versuche alle Loads zu machen, oder? Ist das richtig? Dann kannst du immer aus meinem Ult rausboxen im besten Fall und dann töten. Okay, oder so, ja. Ah, zwei Drakes, wenn die nicht Nash kriegen, ist alles okay. Habe ich gestunken vielleicht auch? Wir können zu dir runterfahren, wenn die alle kommen. Die kommen zu dir wahrscheinlich alle. Wir könnten Nash'n. Wir sind nicht in Position. Wenn ihr so länger chasen, push mal Mitte und dann machen wir vielleicht Nash'n, wenn Freddy noch mehr Zeit brauchen kann. Fünf Bot. Ja, aber wir sind nicht mal real da so. Gründend. Können wir noch gucken. Die Shales sind immer noch. Lass starten. Ja, lass starten. Wir müssen, wir müssen Nash'n. Oh, der Kaiser tankt. Ich habe noch Ult. Es ist rough, aber maybe. Okay. Brauch'n nicht. Im jeden Fall kein Ult, der hat mich geholedet unten. Ey Jungs, ohne Scheiß, die sind einfach viel zu gut. Digga, diese Sidesteps. Er sidestapt jede Attacke von mir. Ja, ihr gebt ihm den Drake schon out, ne? Dann nehme ich top der. Ja, ja, ja. Wenn die den nicht wieder greifen. Unten pusht, unten pusht. Vielleicht gehen die auch alle für mich. Ich kann da mal richtig aggressiv spielen. Die hat auf jeden Fall Zeit wahrscheinlich, ne? Ich komme jetzt mal zu dir und wir versuchen topzzudriven oder so. Hüch war gerade unten. Hat der ein paar Thumbs hat? Ich komme mal zu dir. Hüch da out. Achtung. Sehr stark. Hüch hinter euch, Micky. Vielleicht? Komm, base zu euch. Freddy kann Micky weiterpushen. Ich glaube, es soll auch werden, ne? Ja, wir defenden in dem Turret, wenn es geht. Ich habe den Torred abgegeben. Ich will dann nicht sterben gegen Malfrey. Was ist das bei dir, Freddy? Ja, wir lassen den Malfrey fighten. Wir können ihn nicht realistisch gesehen so leicht kehren, aber vielleicht, wenn er... Wiedert. Ich habe Schaden gegen ihn, du nicht wirklich. Er twitch war bei mir. Ja. Warum weißt der denn, in welchem Busch ich stehe, Alter? Jetzt noch Bell Cleaver und noch ein paar Shutdowns. Er ist gerade gestorben. Ich spanne alles an. Der Mordecai ist erult, er fliegt Yumi von ihm runter. Deswegen ist es sehr gefährlich. Dann ist Yumi direkt dead. Müsst ihr aufpassen. Oh, es kracht, Shit. Er ist kracht. Es ist rough. Ich push board, okay? Die gehen wieder für mich mit Twitch. Er hat kein ult aktuell Twitch. Der hat mich gerade geholt. Ich gehe einfach rein jetzt hier. Ich nehme Hackstack-Gate und wir kämpfen. Ja, Bell, wer ist dahinter? Ich gucke mal. Ich komme, ich komme. Können wir vielleicht spielen? Twitch ist hier bei mir. Jungs, Twitch kommt hinter euch. Ja, wir müssen vielleicht gleich turnen. Ich gucke. Ich spiele erstmal nach vorne. Da, irgendwo. Twitch ist da. Ich komme, ich komme, ich komme. Er geflasht da, ne? Jungs, Leute. Jungs, Leute. Hab ihn. Drück ruhig Stram E und so auf mich durch, Yumi, ne? Wann immer du hast, einfach in diesen Falls immer E drücken. Nice, Leute. Sehr geile Catchers. Wir haben vier Leute bekommen für eine Person. Mega worth. Ich spiele einfach 1v9 in diesen Games. Ich spiele permanent gegen vier Leute, während mein gesamtes Team nichts macht. Ich versuche legit alles, alles gerade in dem Game. Aber das ist ja soo hart. Oh. Please, guys. Ein hartes Game zu gewinnen, aber es ist immer mehr Windeburg gerade. Die Leute, ihr müsst euch Mitte durchlaufen. 17 Sekunden auf Nash. Sehr hart. Oben, 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 oben. Wer kindert ult? Wir haben wieder ein 10. Vorsicht. Wir sind hier oben. Ist nicht schlecht. Bisschen Free Damage. Mitte durchgehen. Vorsicht. Die kommen zu uns. Ich hab noch keinen Flash. Ich hab noch einen Versuch rauszulaufen. Ich hab ult gleich. Ich kann nicht ulten, wenn ich ein muss. Ich würde gerade nicht ulten wollen, wenn ich nicht muss. Boah. Wie wollen mich so sehr, Jungs? Mein Fall ist raus. Ich bleib auf Chasen uns noch. Die haben mich so krass gechased. Ich wollte nichts machen. Schäb mich, schäb mich, schäb mich, schäb mich, schäb mich. Okay. Können die enden damit? Ein guter Versuch, ja. Ein guter Versuch, ja. Ein guter Versuch. Wir müssen hoffen, dass die nur Nash nehmen hier. Das war einfach nicht gut für uns. Ich hatte noch keinen Flash am Anfang. Entweder nehmen wir einen Nash oder wir versuchen zu fighten. Können die auch nicht wirklich den nächsten Nash geben. Ich hab halt irgendwie gefühlt gar nichts. Ich werde halt nur angelaufen von der Belle. Wir sind halt die ganze Zeit mit den Dashes und so. Ja, ja, klar. Für mich ist der Appetit ist ein riesen Problem. Weil der mich einfach mit den Ws immer so... Ja, wir können vielleicht noch kämpfen. Wir machen Nash, der ist auf jeden Fall gone. Aber die haben auch Seel, äh, auch Drag genommen, ne? Die sind nicht so schnell dabei. Ich werde hier getötet. Ja, steht einfach hier. Du kannst nichts dagegen tun. Das ist so nervig. Ja, ich bin dahinter. Das ist ein Versuch wert, ich glaube. Twitch ist hier irgendwo, Miki. Twitch ist bei euch irgendwo, ne? Wir sind da und sind da und sind da und sind da. Oh. Nein. Miki, let's go, Shutdown. Nein, Leute. Malfight Ult, Viktor Flash, Viktor Ult. Boah, ist das anstrengend. Ja, ist ein Bruch. Ja. Es ist ein bisschen Bruch, ja. So, ob wir noch fighten können. Topf ist gecleared, aber ist halt Kinder. Aber ich glaube... Nein. Die Malfight Fokuser. Ich bin tot, ne? Ich habe nichts tun. Ich habe nichts tun. Ich habe verhindern, wenn wir das hier hinten sind. Okay, das ist ein Minion-Mail von Belvid. Das ist so insane, oder? Oh, was? Was hat... Was ist denn Belvid? Was, was geht denn da? Aber ihr ganzen Kinder haben hier auf das Game-Ban. Ja, ja. Sehr, sehr gut gespielt. Da sind wir... Gut, wir waren davor, glaube ich, auch auf 0, ne? Also... Wir waren davor auf 0. Let's go. Nichts verloren. Das ist das Positive. Ja, aber... Ja, das war... War... Das war eine Schelle, die wir kassiert haben. Ich muss langsam ins Bett, ich hab keine Lust mehr. Ich muss langsam aufhören.